Kronika sagte, ich würde den tödlichsten Clan der neuen Ära führen. Doch das versprach sie vielen. Sie würde nie alle Versprechen einhalten können. Also verriet ich sie, bevor sie mich verraten konnte. Als ich Kronika Sand mit meinen Schatten verbannt, wurde ich ehrgeiziger. Warum Sterbliche beherrschen, wenn ich das Schicksal selbst beherrschen kann? Niemand konnte mich davon abhalten, die Geschichte in kalte, endlose Nacht zu tauchen. Alles dunkel, alles Schatten. Ich hatte schon viele Namen. Jetzt bin ich der Tod, Zerstörer von Wilken.